hallo ich bin es mal wieder der gärtner ich will mal ein bisschen heute den rasen trimmen und dachte mir ist da stehen zu viele leute drauf deswegen muss ich da mal bei der kettensinke durch und deswegen legen wir auch los weil auch verhaken möchte ich nicht immer ein bisschen blutpunkte dazu will ich haben und hier verstört natürlich ja so ist das schon ganz gut und lobby erstellen und los geht's lasst uns schnell leute finden dann brauche ich nicht so viel schneiden 38 und 12 oh man 27 fuzzi okay fuzzi you know who yeah fuzzi abigata na gut los geht's ich habe ich habe ich prognostiziere oder ich prophezeie prognostiziere ich prophezeie ich werde scheitern ok naja schauen wir mal denn sehen wir schon ja so lade bildschirm endlich mal vorbei seid froh dass ich den geschnitten habe ich das wieder war der lange also mindestens mindestens 30 sekunden so meine müde was ist das so neblig heute auch ganz schön neblig ganz schön neblig na gut leute suchen leute suchen leute suchen leute suchen da wurde gearbeitet sie dich sie dich sie dich immer noch und jetzt schlag ich gleich zu jetzt hallo na geht's gut ich hoffe ich hänge dich ein bisschen keller im keller ist nämlich schön lecker hallo war nur so ne ahnung aber ich hatte recht finde ich gut finde ich gut so hänge ich dann gleich daneben fuzzi oder fuzzi der zweite etwa auch gleich hier noch oder oder das wäre auch noch gefehlt so fuzzi ist off auch man das ist ja fies jetzt doch noch hingekriegt also ich hätte an dich geglaubt ich freue mich halt immer wenn ich gewinne das ist ein tolles gefühl so ist hier jemand der dir helfen will hier will du hast keine freunde rabiata so viel generatoren und irgendwie ja ich kannst du knicken ich lasse euch ja nicht alle hinkommen gleich tot nur noch zwei ich bin schon wieder blind blind ich blind fisch ich blind fisch aber diese komischen wolken das ist auch fies das ist schon wieder so ein opfergabe die scheiß nebel verursacht du bist zu laut du bist zu laut ich habe dich gehört und dein quälen und wie du heißt und der andere ist bestimmt auch dahin irgendwo ist mir zu weit weg im keller hoffentlich hoffentlich schafft es nicht hoffentlich schafft es nicht so 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 ein glück ich habe da spuren gesehen im sand oder wie das heißt du wärst dich bist doch und immer noch daran gearbeitet oder schon wieder erwischt erwischt und zu praktisch wieder am keller so gute runde gute runde gefällt mir aber wenn der futsi auch offline geht selbst schuld hätte es ja noch gerettet werden können ja 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 Wo bist du? Komm raus! Eckstein, Eckstein! Alles muss aufgedeckt sein! So, tot! Tot! Da war es nur noch einer! Nur wo? Ich weiß ehrlich gesagt, kein Meter wo die Luke ist! Wenn überhaupt eine Luke existent ist! Nee, noch nicht! Finde ich gut! Noch keine Luke! Weil noch zu viele Generatoren! Jetzt die Frage, wo? Ist die letzte! Die Silver! Hiho Silver! Das! Silver! Wie war das? Das! 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 Die muss verletzt sein. Die muss ja irgendwo verletzt sein. Irgendwo muss ich sie ja noch hören. Muss ich mal ganz genau hinhören. Also Entschuldigung, wenn ich ein bisschen leiser bin. Ich werde... Da hinten. Am Arsch der Heide. Hier ist die Luke. Ich habe die Luke. Das ist schon mal was. Hat sie die nicht gesehen? Oder ist sie natürlich... Ja, die ist ja wahrscheinlich jetzt erst gekommen. Na. Ich will die Luke jetzt so... Hier. Hier wird gearbeitet. Hier wird gearbeitet. Nicht hier. Nicht hier. Nicht hier. Wo bist du? Wo bist du? Madame. Oder was der Herr? Ne. Madame war es. Wo bist du? Wo bist du? Ich will auch nicht. Man. Dieses Suchen. Das geht ja mir dann auf den Keks. Irgendwann. Wenn man schon... Genau was die Luke ist da hinten. Und Generatoren... Na ja. Drei Stück ist eine Menge. Wo sie noch Fehler machen könnte. Aber das... Sie sucht bestimmt die Luke. Aber ich weiß wo die Luke ist. Und jetzt ist sie blöde. Ich will sie ja natürlich vorher gerne erwischen. Ich will sie ja erwischen. Es ist so eine schöne Runde. Ich will sie ja. Ich höre keine Verletzten. Sie ist durch die Luke retten. Sie ist bestimmt durch die Luke. Verdammt. Hätte ich nicht alleine lassen dürfen. Schade, dass man jetzt keinen Chat hat. Um nochmal zu gucken. Bist du wirklich durch die Luke? Hätte ich ja jetzt noch gerne gesehen. Aber wir haben... Ich denke mal... Wir haben ganz gut... Ganz gut Punkte gemacht. Ja. Ganz gut. Ist ganz gut. Wir füllen gleich unsere Upgrade Sachen wieder aus. Kennt das Spiel ja auch. Gleich voll machen den Lappen hier. Schade in der Welt gefunden. Die Krähen können direkt mit dir kommunizieren. Wenn du dich im Umkreis von zwölf Metern befinden. Das ist... Na ja gut. Nehmen wir... Den aktivieren wir... Den... Den darf ich nicht mehr. 3000 und 3000... Äh... Ist eigentlich völlig egal. Aber wer ist das? So... Ähm... Bring gleich den schwarzen Schleier. Ich spiele gleich die zweite Runde hinterher. Und mache einfach mal die Krähen mit an. So... Äh... Nicht wundern, dass ich dann komisch schneide. Beispielsweise geschnitten habe. Haha. Äh... Ich spiele gleich die zweite Runde hinterher. Also nicht wundern, wenn ich dann das Auseinanderschnippel. Beispielsweise geschnibbelt habe. So... Gleich nächsten Abversuchen hier. Und los geht's.